Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu Human, einem Horrorspiel, das mega strange angefangen hat. Deep Web Video Hacks, Stream Hacks, okay. The following footage was captured during an attempt to hack and record a government video stream. Previously captured footage suggests the man filming Paul. Works for a secret sector of frequency testing facility located deep in the Alaskan wilderness. The program is no longer being funded, does Paul is sent to notify the employees and have them leave the premises as his supervisors monitor. What unfolds once he arrives. I have taken the liberty of subtitling the video, but other than that, this footage is completely undoktored. Ich habe keine ahnung was das sein soll. Okay. Also. das spiel startet schon mal interessant die stadt gibt es auch ja Okay, das ist nur die Tür. Ich mag es nicht. Das gefällt mir hier ja ganz und gar nicht. Da ist eine Tür. Und eine Keycard. Zittersektor. 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 Es tut mir leid, dass ich nichts sage, aber... Ich bin ein wenig... Ich habe ein bisschen Angst tatsächlich. Die meisten habe ich halt einfach nur Angst, dass ein Jumpscare kommt. Okay. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Don't go inside, oder was hat er gesagt? Oh, shit. Da hängt jemand. Da hängen mehrere. Oh, shit. Oh, shit. Und wer hat nab Und hier ist eine verbarrikadierte Tür. Ich fühle mich beängstigt. Okay, Blut läuft durch die Leitungen oder wie? Das ist schön. Das wird ja gar nichts bringen. Cool, ein Tesla Buch. Da hat sich gerade tatsächlich der Raum einfach geändert. Ich bin tatsächlich von Raum A zu Raum B gekommen. Okay. Da unten konnte ich jedenfalls nicht hin. Okay, nächste Keycard. Hm? Wieso kann ich die nicht öffnen? Oh, das hätte ich vielleicht lesen sollen. Ich bin nicht sicher, was ist real. Ich werde das zu unserer Netzwerke ausprobieren. Wir haben uns schon gesagt, dass Sie es nicht sehen können. Ich sehe keinen Punkt, aber... Nein, Forschung hat sich gemacht. Wir warten. Wir können nicht gehen. Warum können wir nicht gehen? Ich versuche und versuche. Die Tür nie wird nie mehr näher. Das kann nicht sein. Das ist nicht Realität. Ich weiß nicht, ob ich bin. Es heißt, es ist ein anderes Wort. Okay. Ich bin allgemein. Jetzt bin ich auf jeden Fall woanders. Die Tür, da kenne ich nämlich noch nicht. Die Tür, da kenne ich nämlich noch nicht. Achso, den habe ich jetzt auch bekommen. Die Giga hat für Alpha Sektor und nicht für Täter. A door. Es ist eine Tür, die wir haben. Die Frequenz. Es kommuniziert mit uns. Wir haben es hier gebracht und Sie wissen, dass es passieren wird. Wir können nicht weg, weil es nicht... Es ist nicht, dass wir uns wegziehen. Du wusstest, dass das Welt, dass das passieren würde. Es ist eine Tür. Gehe deine Meinung, nicht meine mehr. Das ist ein Schinsker. Ich gehe nochmal in den nächsten Raum. Hier war auch eine Message, die ich noch lesen wollte. Die Frequenz interference weiter. Wir haben keine Arbeit für die letzten vier Tage. Niemand hat sich left. Ich fühle mich, als ob wir zu diesem Ort sind. Wir müssen bleiben. Sleep ist schwierig. Unsere Sanitze scheint zu schlippen. Ich fühle mich, aber ich fühle mich. Ich fühle mich nicht mehr als ich damals. Mein Memories, mein Knowledge, mein Intelligenz. Was ist das? Okay. Ich verstehe. Hier. Dieses Radius-Signal spricht ja auch zu uns die ganze Zeit. Ich schätze, das ist es, oder? Hier ist es weg. Ich muss weg. Wir müssen weg. Ich hör auf. Los geht's. Dass wir die Zeit haben. Die Frage temporarily ist. Mega creepy. Ich seh da etwas. Das war nur die Wand. Alles gut. Mal schön ruhig bleiben. Oh gut, das ist so laut. Es ist so laut. Es hat mich, meine Säule, unsere Säule. Säule ist nicht sicher. Any Säule, all Säule. Ich bin wieder am Start, ha? Das ist wieder der Anfang, oder? Okay, also als erstes hier die Ecke. Dann die Ecke. Hier weiß ich jetzt nicht mehr, wo ich langgegangen bin. Ich geh mal in die Ecke hier. Also wieder der Start. Okay, die Ecke. Die Ecke. Die Ecke. Brought this. You did it. I did it. We did it. Don't you think I know? Okay, wir sind hier im Ausgang. Lost Souls says goodbye. Können wir uns mit dem Körper sehen? Okay, das habe ich jetzt nicht bedacht. Das habe ich vorher nicht bemerkt. Das ist cool. Okay, das hat ich da rot. Das ist heute da rot. Okay. Das ist heute da rot. Okay. Das ist heute da rot. Das ist heute da rot. Wir haben wahrscheinlich zwei Möglichkeiten. Ichältst euch. Okay. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Oh mein Gott, aus den Buchstaben wegen Human und so, da könnte man auch so ein Pentagramm machen. Okay, das war Human. Ich denke mal, es wird zwei Enden haben. Ich denke mal, wenn ich in die andere Richtung am Ende gegangen wäre, wäre ich... gäbe es ein anderes Ende. Aber das war... auf jeden Fall interessant. Ich fand das ziemlich cool gemacht, das war wirklich sehr creepy, also... da habe ich schon ein bisschen Puls gehabt, als ich da durch die Gänge gelaufen bin. Ich hatte die ganze Zeit Angst gehabt, dass irgendwas kommt. Aber das war mega cool, auf jeden Fall. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ihr hattet Spaß an dem Video. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal dann wieder zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020